Like Nastja Gehen wir rein Im Januar feiert Nastja ihren Geburtstag Das ist meine Geburtstagsparty Mein Geburtstag ist im Januar Schau, ein Geschenk für dich Oh, es ist eine Nastja-Puppe Februar Der Februar ist dafür bekannt, dass die ganze Welt am 14. Februar einen Feiertag feiert Den Valentinstag Hier für dich An diesem Tag geben sich alle Leute, die sich liebhaben, ein Geschenk Der nächste Monat ist der März Am 17. März feiern die Leute einen Feiertag Den St. Patrick's Day Oh, wer ist das? Oh, das ist ein Kobold Lass ihn uns fangen An diesem Tag suchen die Kinder einen Schatz Das Galt des Kobolds Oh, ein Schatz April Oh, April? Los geht's Dieser Monat ist dafür bekannt, dass zum ersten Mal jemand in den Weltraum flog Am 12. April feiern wir den Tag der Astronauten Das war cool Wow Mai Mai, ich weiß Im Mai ist Ostern Yay Eiersuche Der Mai ist bekannt für Ostern Das war super cool Ein Haarrei Cool Wow Wow Cool Wow 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 Yay Der nächste Monat ist der Juni Im Juni fangen die Ferien an und die Kinder reisen mit ihren Eltern Lass uns bereisen Wow Ioli Cool Cool In diesem Monat geht jeder an den Strand um zu schwimmen und in der Sonne zu baden Es ist auch der Monat der tropischen Regenstürme August 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 Ich weiß Wir gehen wieder zurück in die Schule Yay Im August gehen die meisten Kinder auf der Welt wieder zurück in die Schule Was müssen wir tun? Wir müssen den Schulranzen packen Aha Okay Hälfte Nein Wir brauchen kein Spielzeug Oh nein Okay Arbeitsheft Okay Ein Held Nein Nein Zwei Klebestifte Okay Spinner Nein Bleistifte Und eine Schere Okay Bereit Juhu Juhu September September Wow Wow In diesem Monat beginnt der Herbst, die Blätter fallen von den Bäumen und es wird kälter Munker Timm Oktober Oktober Oh Halloween Am letzten Abend des Oktober wird Halloween gefeiert. Süßes oder saures? Hallo? Süßes! Danke! Bye! Fröhliches Halloween! Im November wird Thanksgiving gefeiert. An diesem Tag trifft sich die ganze Familie zum Essen. Sie essen Truthahn und bedanken sich beieinander. Danke! Danke, Nastja! Yummy! Der letzte Monat ist der Dezember. Im Dezember ist Weihnachten! Und Neujahr! Im Dezember feiert man Weihnachten und Silvester. Santa! Der echte Santa! Ich möchte mir was wünschen! Ich auch! Hooray! Oh! Ein Weihnachtsbaum! Eins, zwei, drei! Wow! Fröhliche Weihnachten! Weihnachten! Jetzt geh nicht alle Monate. Januar und Februar, dann März und April. Mai, Juni, Juli, August und September. Oktober, November, Dezember. Komm, Papa, mach mit! Willkommen bei meinem Job! Willkommen bei meinem Job! Figuren! Ja! Ich bin wirklich schüchtern! Ach, sei nicht schüchtern. Und du schaffst das. Du bist toll. Ja, ich hab's geschafft. Ja, yes. Nächster. Was macht er denn? Find ich auch. Was? Nächster. Oh, die ist so süß. Tschüss. Nächster. Ich hab die Noten vergessen. Keine Sorge. Gebt dein Bestes. Ja. Oh, wow. War das gut. Willkommen in unserer Band. Komm her. Nächster. 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 Süß. Nein. Nein. Warte, warte. Nein, nein, nein. Tut mir leid. Nächstes Mal. Versuch's nächstes Mal wieder. Okay. Ich versuch's dann beim nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Nächster. Hey. No, 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 no. I lift the plan, too. I lift the plan, too. I lift the plan, too. Oh! Aww. Sweet. Ah! Vielleicht kannst du tanzen? Ja! Ja! Willkommen zu unserer Bind! Wow! Ha, ha, ha! Alo, angel! Alo, angel! I'm fine, lunch, and fun, that's the magic. Alo, angel! Alo, angel! I'm fine, lunch, and fun, that's the magic. Na, 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 na! Alo, angel! Alo, angel! Alo, angel! Next video! Wow! Schokolade. Schokolade. Das ist nicht fair. Ja, das stimmt. Eins, zwei, drei. Jetzt ist es. Ich will auch Schokolade. Keine Schokolade mehr. Okay, ich weiß. Auf geht's. Hooray! Oh, heiße Schokolade. Und jetzt finden wir heraus, wie man Schokolade macht. Magst du auch Schokolade, so wie ich? Glaube ich dir. Doch bevor es auf unserem Tisch kommt, wird Schokolade von weichen, reifen Kakaobohnen bis hin zu harten Schokoriegeln. Alles beginnt mit dem Samen des Schokoladenbaumes. Sehen wir, wie Kakao wächst. Grün ist noch kein fertiger Kakao. Geh, ist fertiger Kakao. Kakao. Nein. Nicht jetzt. Reife Kakaobohnen können schon gegessen werden. Schmecken aber nicht nach Schokolade, sondern eher nach Mango. Um den Geschmack von Schokolade zu erhalten, müssen die Kakaobohnen mehrere Tage liegen, damit sie fermentieren. Es ist nicht ein angenehmer Geruch, aber danach werden die Kakaobohnen in der Sonne getrocknet. Sie riechen jetzt nach guter Schokolade. Lecker! Es ist sehr wichtig, sie ständig mit einer Schaufel umzurühren, um sicherzustellen, dass sie vollständig trocken sind. Es ist nicht einfach, aber nur so kann köstliche Schokolade hergestellt werden. Die Kakaobohnen werden dann über einem Feuer gebraten und zu einem Kakaopulver gemahlen. Es ist spaßiger, wenn du dem Rezept Lieder und Tänze hinzufügst. Unsere Schokolade ist fast fertig, aber wie können wir ihr eine schöne Form geben? Kakaopulver gemahlen. Kakaopulver gemahlen. Mit Butter in einer speziellen Maschine gut gemischt. Cool. Jetzt sieht es aus wie Schokolade. Heutzutage sieht Schokolade aus wie warmer Schokoladenaufstrich. Also müssen sie gekühlt werden. Huch, was machst du? Wow. Du musst die Schokolade auf einem kalten Tisch gießen und verteilen. So kühlt die Schokolade schneller ab. Fast fertig. Du kannst eine Form auswählen und flüssige Schokolade hineingießen. Papa, du arbeitest mit mir. Auto. Ich will den Delfin. 30 Minuten im Kühlschrank und voila, fertig ist die leckere Schokolade. Fertig. Bereit? Toll. Schau, wie toll das geworden ist. Nastja und Papa dürfen eine Gesichtsmaske aus frischer Schokolade machen. Das tut der Haut richtig gut, weil Schokolade nicht nur lecker ist, sondern auch ein gesundes Naturprodukt. Mh. Oh. Oh. Souvenere. Souveniere. Oh, lecker. Hühnchenschenkel. Hühnchenschenkel, Hühnchenschenkel. Willkommen und kaufe Hühnchenschenkel. Oh, Hühnchen. Setz dich hin. Chicken wings für mich, bitte. Ja, mein erster Kunde. Wo ist mein Hühnchen? Verzeihung, wo ist denn mein Hühnchen? Warte eine Minute, ja? Okay, machen wir Hühnchenschenkel. Wir brauchen Mehl, Wasser und die Geheimzutat. Jetzt brauchen wir ein Hühnchen. Es ist kein Hühnchen mehr da. Wir müssen schnell zum Bauernhof. Wo ist mein Hühnchen? Warte ganz kurz, ja, warte nur ganz kurz, bitte, bitte. Entschuldigung, ich warte. Oh, Hühnchen. Hühnchen? Ups. Wo kann ich ein Hühnchen herbekommen? Hühner schlüpfen aus dem Ei als kleine Küken, wenn die Schale bricht. Hallo, ich wünsche dir einen wirklich schönen Ostern. Eier für dich. Oh. Oh. Was ist das? All diese Eier. Oh, das ist Schleim. Cool, Schleim. Aber das ist kein Hühnchen. Oh, eine Idee. Hey, wir kochen den Mais für die Hühnchen und dann legen die Hühner für uns die Eier. Eier. Jetzt müssen aus den Eiern kücken. Das Huhn sitzt auf den Eiern und brötet die Küken aus. Oh, Küken. Oh, Küken. Ach, Küken. Was mache ich bloß? Die sind so süß, ich will die nicht kochen. Ich weiß. Ich dekoriere ein paar schöne Eier für Ostern. Das ist heißes Wasser. Ah. Tut mir leid, ich habe kein Hühnchen. Aber das ist für dich ganz umsonst. Äh. Ich habe gewonnen. Tschüss und frohe Ostern. Next video. Magst du Farben? Blaue Farbe, blaue Farbe, wo bist du? Was? Weiß nicht. Ach, du kennst die Farben nicht? Orange Farbe, orange Farbe, wo bist du? Hm? Ich weiß nicht. Tsch, 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 tsch. Ich bring's dir bei. Such eine Schachtel aus. Grün. Das ist grün. Papa, Papa. Was ist los? Wow. Blau. Das ist blau. Was ist das denn? Oh, das sind Katzen-Neckerlis. Lila. Okay, Lila. Lila. Wow, guck dir das an. Die lilanen Bälle werden ganz schaumig. Überraschung. Oh, ich bin so schön. Das ist eine Kette. Schwarz. Als nächstes schwarz. Ein schwarzer Ballon. Das ist schwarz. Oh, oh, oh. Als nächstes hellblau. Papa? Ja? Was ist das? Ah, ich weiß. Komm. Okay. Wow. 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 Das ist Konfetti. Juchu. Willst du gelb? Ja, ja, ja. Okay. Also dann gelb. Oh, oh. Das ist schwer. Aktivator. Mischen, mischen. Wow. Pink, pink. Jeder lieb pink. Oh, das ist leer. Pinke Blumen. Für dich. Oh. Oh, wow. Danke. Das ist die Farbe braun. Oh, schokolade ist braun. Nini. Hautgrau. Was ist das? Oh. Ein Fisch. Und die nächste. Das ist rot. Probier es. Oh ja. Lava ist rot. Und weiß. Papa, Papa. Was ist los? Wow. 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 Groß. Wow. Orange. Wow. Das ist ein Spielzeug für meine Kätzchen. Wow. Oh, was gefällt Ihnen? Pinke Farbe, pinke Farbe, wo bist du? Oh, gut gemacht. Du bist eine tolle Katze. Jetzt kennt ihr alle Farben. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.